Attention Duelists, it's time on the round. Ja, hallo. Guten Tag, diese Stille immer nach dem... Ja, wir müssen uns das dringend abgewöhnen. Ich dachte auch, dass Can dann so losliegt. So, moin Leute, oder keine Ahnung, oder hallo, grüß Gott. Ja, ich habe schon was gesagt, da denke ich immer, ihr sagt jetzt was, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das Spontane lag uns besser. Ja, ist echt so. Ja, aber das Spontane gehen wir weg, denn heute machen wir wieder Struktur, Struktur, Struktur. Wir haben ein Thema. So ist es. Willst du es zählen, um was es geht? Nee, nee, du bist ja gerade am Reden, kannst du mal. Sehr gut. Vor allem, die letzte Folge haben wir sowieso aufgehört, wo du nur geredet hast, ne? Ja, nee, das war die Folge davor. War das die Folge davor schon? Stimmt, ja. Ja, eigentlich die Leute, die die vorletzte Folge gesehen haben, wissen, worum es heute geht. Nee, nee, die letzte Folge gesehen haben, wissen wir, worum es geht. Oder die letzte Folge. War das in der letzten geteased? Ja. Auf jeden Fall haben wir euch erzählt, zumindest ein ganz kleines bisschen vom Dueling-Festival, denn dort war Maurice und ich am vergangenen Wochenende und das hat in Mainz stattgefunden. Um das Event kurz zu beschreiben, das war halt eine Veranstaltung rund um Yu-Gi-Oh! von Konami, die sich vor allem an Kinder und Familien gerichtet hat, um denen halt zum einen das Spiel näher zu bringen und generell halt verschiedene Aktivitäten rund um Yu-Gi-Oh! zu bieten. Ich denke, das war ganz gut zusammengefasst. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ja, Time Out, Folge vorbei. Perfekt. Nee, es gab natürlich aber auch an dem Wochenende ein paar Competitive-Turniere, das heißt, man konnte, musst du mir helfen, Maurice, TCG konnte man spielen, Edison konnte man spielen, ich glaube, Goat konnte man spielen, dann gab es noch so ein Starter-Deck-Duell, glaube ich, und gab es sonst noch was? Ja, es gab noch mehr, aber ich würde sagen, wir machen das Stück für Stück, oder? Okay, ja. Du willst hier schon gleich komplett reinpreschen. Ich würde sagen, ey, wir haben jemanden außenstehenden. Jan, was hast du denn so mitbekommen davon? Ich habe natürlich absolut nichts davon mitbekommen, deshalb wäre jetzt meine Frage, es war ja ein Event für Kinder. Also, für so Außenstehende, so, ne? Und, also, ihr sagt aber, es gab auch so Competitive-Turniere, so, nebenbei. So, wie war denn so der prozentuale Anteil ungefähr? Also, wie viele Kinder waren so da, wie viele Erwachsene waren da? Generell, wie war das Event so besucht, würde mich interessieren. Soll ich, oder du? Ja, also, ich war halt vor allem leider auch ganz oben, deswegen habe ich das unten nicht so mitbekommen, deswegen erzähl du gerne, wie der von mir ein Kinderanteil war, das habe ich nämlich tatsächlich nicht so mitbekommen. Also, erstmal, es hat in einer Pyramide stattgefunden und es sah richtig geil aus, die Location ist mega, es ist wirklich eine Pyramide, ne? Also, es ist halt eine Pyramide, wie man sie so kennt aus Ägypten. Das ist so cool. Ja, ihr könnt an dieser Stelle gerne einfach mal googeln, Pyramide Mainz, da wisst ihr quasi, wie das Ganze aussieht, damit ihr eine Vorstellung dazu habt. Genau, richtig. Und dementsprechend ist das auf verschiedenen Etagen gewesen. Also, die Turnierszene war in der oberen Hälfte der Pyramide und die Fun-Area, so wie halt diese, ich sag mal jetzt, Kinder-Area klingt so abwertend, ich weiß nicht. Die Fun-Area, die war halt im unteren Bereich der Pyramide und da gab es halt eine Menge verschiedene Sachen, also Aktivitäten, die man machen kann. Natürlich, ne, casual gehalten, es soll ja halt, wie soll ich, an Jüngere oder Einsteiger richten. Da gab es halt verschiedene Spiele, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und dort war auch natürlich das Spiel zum Lehren, da waren Leute, die das Spiel erklärt haben, etc. Aber die eigentliche Frage, die jetzt hier im Raum stand, bevor wir die ganzen Details haben, ist, wie war es denn das Verhältnis? Also, ich würde mal sagen, die Werbung für TCG-Spieler oder allgemein für Turnierspieler war sehr mau gehalten, aber mit Absicht. Das eben nicht, dass es eine zweite YCS wird, sondern dass da halt ein paar Pros kommen, aber das war es dann auch. Es war nicht geplant, dass da jetzt so 3000 Pros kommen sollen, die sich dann den Kopf einschlagen, sondern es war halt geplant, da können ein paar Pros kommen, die sind natürlich nicht ausgeladen, aber es soll halt eher jetzt, also eher so halt die Casuals im Fokus sein. Dementsprechend war die Werbung für dieses Event auch lokal gehalten. Also es wurde zwar auf den Social-Media-Kanälen einmal was gepostet dazu irgendwie, aber wie wir es kennen alle, Yugi-Spieler lesen nicht, von daher hat es jetzt niemand so richtig gejuckt, aber es wurde, ich meine, sogar Werbung an Schulen gemacht, im Radio Werbung gemacht, also halt lokal. Und ja, jetzt runtergebrochen, die Frage, die im Raum steht, also es waren Familien da, also wirklich Familien mit Kindern, sogar Kleinkinder, also so irgendwie Einjährige. Also die waren natürlich da mit Eltern und es gab immer ein Geschwisterchen oder so, was halt größer war. Dementsprechend war das Geschwisterchen für Yugi da und die Mutter oder Vater oder beide waren halt dann da und waren halt mit den ganz Kleinen dabei. Die hatten aber auch ihren Spaß auf jeden Fall. Und ja, ist kurz runtergebrochen. Es war nicht so gut besucht. Also das kann man leider sagen. Es war durchwachsen. Also es war Phasen, wo ein bisschen mehr los war, definitiv. Also es war jetzt nicht so, dass niemand da war. Also diese Gefahr mit, es kommen zwei Leute und das war es, also das ist nicht passiert. Es waren schon mehrere da, aber im Großen und Ganzen war es weniger als erhofft. Das ist natürlich schade so. Ja, aber was man dazu sagen kann, ist, dass an dem Samstag es natürlich nochmal deutlich besser besucht war als an dem Sonntag. Ich würde sagen, Samstag war doppelt so viel los wie Sonntag. Obwohl ich das nicht verstanden habe. Also jetzt gerade so für Familien. Also so Samstag hast du vielleicht noch, vielleicht arbeiten auch die Eltern Samstag. Gibt es ja Leute, die Samstags arbeiten. Und dann Sonntag hat man so frei oder so. Hätte das sein können. Aber nee, du hast schon recht, war schon fast die Hälfte, kann man wirklich sagen. Aber bei beiden, bei den Leuten, die Familien und Kinder, aber auch bei den Profispielern war ungefähr die Hälfte dann noch. Ja gut, das liegt aber auch daran, dass quasi, also für die Leute da draußen jetzt erstmal, die Background-Info und für Can, man konnte sich Samstag für jeweils zwei Turniere qualifizieren. Denn das war zum einen ein Edison-Turnier. Dort musste man in die Top 32 kommen. Am Samstag, was man erreichen konnte, indem man dort vor Ort kleine Top 8 K.O.-Turniere gespielt hat. Und pro Sieg hast du dann halt entsprechend Punkte bekommen. In dem Fall waren das, wie hießen die? Star Coins oder wie wurde das genannt? Ja. Nicht sogar Sternchips? Kann sein, dass das so genannt wurde. Ja. Und wenn du da letztendlich bei dem Edison-Turnier unter die Top 32 gekommen bist, hast du dich qualifiziert quasi für das große Turnier am Sonntag, wo es um besseres Pricing ging. Und beim TCG gab es ein Top 64 Turnier, wo sich 64 Leute qualifizieren können für eine Oversize-Karte, was in dem Fall ein Blue Eyes war. Und deswegen kamen halt Sonntag dann wahrscheinlich auch nur noch die Leute dorthin, die sich dann am Ende halt auch qualifiziert haben. Der Rest dachte dann, naja gut, dann kann ich mir das halt auch sparen. Ich denke mal, das wird so der Gedanke von vielen Leuten gewesen sein. Ja, kann natürlich sein. Also ich habe einen genau das Gegenteil kennengelernt. Der hatte mit mir gequatscht. Und der meinte so, ja, ich war voll smart, ey. Ich wusste ja, dass dieses Top-Cut-Turnier war. Und genau als das gestartet ist, habe ich extra so ganz viele Public-Events gegrindet, weil die guten Spieler ja alle dort sind. Grüße gehen raus, falls du das hörst. Ja, ist ein smarter Move auf jeden Fall. Ja, da hat sich immer was gedacht. Genau, aber ja, also wie gesagt, es war mehr erhofft an Leuten. Und die Frage ist, man müsste jetzt so eine Tiefenanalyse machen. Woran hat es gelegen? Das kann halt vieles sein. Es kann sein, dass Leute Yu-Gi-Oh! langweilig finden. Es kann sein, dass parallel, also ich weiß ja nicht, was im Mainz und um zu passiert ist. Vielleicht gab es da auch voll das krasse Event, also noch ein anderes Event so. Ja, es gab an diesem Wochenende tatsächlich, oder gerade auch am Sonntag, glaube ich, in einigen Läden OTS-Championships. Das habe ich so am Rande mitbekommen. Was auch ein Grund dafür gewesen sein könnte, dass halt ein paar Leute, die dann gesagt haben, sie fahren lieber zur OTS-Championship und spielen noch für Euro-Quali. Aber ich meine jetzt explizit eher so die Kinder. Ach so, das meinst du, ja gut. Ja, das ist schwierig, da jetzt Gründe rauszufiltern. Ich glaube, damit das regelmäßig, also damit das gut besucht wird, müsste es regelmäßiger stattfinden. Das musste ich, glaube ich, auch erst mal ein bisschen rumsprechen und so. Ihr habt ja gesagt, das wurde lokal beworben. Mhm. Und, äh, also da sind dann ja auch Leute gekommen. Aber ich glaube, so, wenn, also wenn das jetzt nicht groß beworben wird, dann, äh, dann, dann reicht es halt nicht, wenn das einmal stattfindet, sondern dann müsste es eigentlich so mehrmals stattfinden, so, weißt du, damit dann Leute sagen, ja, ich war, ich war mit meinem Sohn oder mit meiner Tochter, war ich da, haben die Yu-Gi-Oh! gespielt und dann, ja, da komme ich ja vielleicht auch mal so nächstes Wochenende, so, so ungefähr. Also, das ist jetzt meine Einschätzung, so, weil ich glaube, für so Leute, die sonst damit nichts zu tun haben, wenn die so einmal random davon im Radio hören, so, vielleicht gehen die da jetzt nicht sofort hin. Ja, das ist ein guter Punkt, das, oder? Ja. Aber wäre natürlich extrem teuer, dass es irgendwie jedes Wochenende ist. Ja, natürlich, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber was man natürlich sagen kann, also, was mir persönlich sehr gut gefallen ist, war die Aufmachung, wie das Ganze auch optisch, äh, dargestellt war. Also, man hat sich da schon echt viele Gedanken gemacht, ähm, wie gestalte ich die Minispiele, dass man auch den Yu-Gi-Oh!-Bezug dazu hat, also auch gerade die, die Optik, ähm, zum Beispiel, es gab auch einen, äh, ich weiß, Maurice, du kannst da mehr zu sagen, Oversize-Duell, oder wie war das genau, oder so, oder es gab auch einen Memory und was, nicht alles. Fand ich ganz, äh, cool zum Anschauen. Ja, also, wir können mal hier auf die Minispiele eingehen, die hatten wir jetzt extra ausgeblendet. Also, es gab halt unten die Fun-Area, dort gab es halt sogenannte Minispiele, ich mach das als Anführungszeichen, weil ein Minispiel ist auch, mach ein Foto, also. Ja, naja. Ist jetzt kein Minispiel, ne, aber, aber, ähm, ja, also, da gibt es halt verschiedene Stationen und du hast so eine Stempelkarte bekommen, das kennen vielleicht einige Leute von der Europameisterschaft, da gab es das auch schon mal, ähm, so Stempelkarten und wenn du halt die verschiedenen Minispiele gemacht hast, kriegst du einen Stempel und am Ende kriegst du halt was gratis geschenkt. Ja, da können wir gleich noch drauf eingehen, war sehr cool, fand ich, was man da gekriegt hat, aber, ähm, die Minispiele. Und, ja, fangen wir mal an mit den ersten, hast du gesagt, da gab es halt Giant-Cards, also ganz viele Giant-Cards, ähm, als Deck, also ich weiß gar nicht, 20-Karten-Deck ist das, glaube ich, ne? Hm, Hilfe. Also, zwei 20-Karten-Giant-Card-Decks und die haben, man hat halt gegeneinander gespielt und jeder war quasi, also, hatte mal eine Karte in der Hand und dann die entweder gelegt oder dann in der Hand behalten und dann hat man halt gegeneinander gespielt und das war natürlich, of course, kein modernes Yu-Gi-Oh, das war halt einfach Normal-Monster-Attack, also, es ging nur um Attack-Boost mit ein paar Traps, ein paar Spells und ja. Ja. Also, es war halt simples Yu-Gi-Oh, ne? Also, aber... Aber es ist spaßlich, einfach mal was anderes, ne? Genau. Und es ist halt, äh, natürlich dann auch so ein paar ikonischere Karten dabei und so. Ähm, und natürlich auch die Normal-Monster, die sonst nicht zur Geltung kommen, kamen da sehr zur Geltung. Ich sag nur, Schallente! Oder wie heißt dieses? Sonnenraubenschiff-Fisch. Sonnenraubenschiff, ja. Ja, ähm, ist natürlich cool. Was ich schade fand, dass kein Dark-Medisch- und Blue-Eyes dabei war. Also, das Boss-Monster quasi war herbeigerufen nach Totenkopf. Aber, ist auch leicht zu entspüren. Ja, guck mal, so bekommt der auch mal Aufmerksamkeit, ja. Ja, der ist auch cool. Der kriegt eh zu wenig Aufmerksamkeit. Das stimmt, ja. True, true. Aber wer der auf dem Feld hatte und du nicht die Sack-Hürte-Rüstung hattest, weil die war auch drin, ähm, ja, er war schon fast GG eigentlich, ne? Ja. Genau, das war die erste Station. Dann gab's Dosenwerfen. Ähm, ja, Dosenwerfen halt. Man kennt's, also, ne? Boah, jetzt glaube ich nicht... Naja. So wie auf der Kirmes, so? Genau, ja, genau. Äh, die Dosen waren so mit Hieroglyphen, so mäßig. Also, war halt so. Dann gab's Entenangeln. Schallentenangeln. Ja, das war so geil! Oh mein Gott! Verspieltes Potenzial, das hätte man echt so nennen müssen. Schallenten sammeln, ey, das ist ja geil. Ja. Ja, da musstest du drei gleiche Symbole angeln und dann hast du halt die Station fertig gehabt. Ähm, jetzt im Nachhinein ein kleiner Life-Fact. Also, die Enten mit den gleichen Symbolen hatten die gleiche Farbe. Wow! Also, oben war ja der Haken. Und alle blauen Enkel, äh, alle blauen Haken bei den Enten waren halt die gleichen Symbole. War halt... Äh, als ich das erfanden habe, hab ich mir gedacht, ja, das ist jetzt ja ein bisschen... Naja, das weiß man ja gut keiner. Ähm, dann gab's ein Bällebad, also so ein richtig großes Bällebad, also es war wirklich groß. Äh, es war so eine aufgepumpte Luft, äh, Hüpfburg, aber halt keine Hüpfburg, sondern der Boden war quasi halt harter Boden. Also, das war so, aber da drin war halt so ein Bällebad, so ein großes... Ich weiß gar nicht, drei Meter mal drei Meter oder vier Meter mal vier Meter, also es war schon groß. Ja, ja. Äh, und da drin, in diesem Bällebad sind halt vier, vier Plastikkugeln, also sie sind so groß wie die Bälle, und dort in diesen Plastikbällen sind dann Karten drin. Und du musst halt diese Karten suchen in diesem Bällebad. Ja. Klappt manchmal gut, manchmal nicht. Und manche Leute haben da gefühlt fünf Minuten drum herum geblüht. Ja, also, äh, was ich mich frage, so diese ganzen Sachen, die du jetzt aufzählst, sind ja, eigentlich sind es ja also ganz normale so Kinderspiele, so einfach, die du auch auf jeder anderen Veranstaltung hast, nur halt mit Yu-Gi-Oh! Mhm. Ähm, also könnte man nicht eigentlich sowas auch jetzt beispielsweise auf anderen Events einfach machen, ohne dass man spezifisch ein Event dafür macht? Also wisst ihr, was ich meine? Ja. Du meinst, wenn wir eine deutsche Meisterschaft haben, das da auch anzubieten, oder wie? Ja, vielleicht jetzt nicht in so einem großen Umfang, weil ich glaube, das wird dann schwierig. Mhm. Aber so an sich, also vielleicht so zwei, drei, vier von diesen Sachen, die ihr jetzt aufgezählt habt, so wäre das nicht möglich? Ich denke schon. Und, ähm, ich sag mal so, ne, die Sachen wollen ja, also, also jetzt die Giant Cards explizit, da kann ich nur drauf eingehen, weil ich das weiß. Bei Europameisterschaft gibt's ja englische Giant Cards. Mhm. Mhm. Und die waren extra deutsch natürlich, weil, ja, Kinder, wäre jetzt blöd, wenn man gleich mit Englisch konfrontiert, so. Ja. Und dementsprechend haben wir jetzt deutsche Giant Cards. Und ich, ich, ich würde mich wundern, wenn wir die nicht auch irgendwann mal irgendwo sehen wieder. Weil die sind jetzt ja da, die, die Herstellungskosten sind ja schon bezahlt, also, warum jetzt? Ja, aber ich glaube, was halt ein bisschen schwierig ist, ist natürlich, wenn du das, äh, im größeren Stil anbietest, äh, oder was heißt, wenn du es, äh, auf einem größeren Event anbietest, äh, eher so gesagt, dass, da müsstest du natürlich extra nochmal Personal abstellen. Und der Fokus bei diesen Events liegt ja auf was anderem, aber, äh, ich verstehe schon, wie du das meinst. Und wahrscheinlich ist das auch nicht, keine schlechte Idee, nur weiß ich nicht, wie man es perfekt umsetzen könnte und würde. Ja, am Ende ist das nur eine Person, die du dafür abstellen musst. Ja, je nachdem, in welchem Umfang man das halt wirklich anbietet, ne? Ja, also, ich stell's mir halt einfach so vor als, äh, eine Möglichkeit, weil, also, jetzt die letzten, ich glaub, die letzte YCS, wo wir waren, da ist das tatsächlich zwei, dreimal passiert, äh, dass da Leute gekommen sind, ich weiß nicht, Maurice erinnert sich vielleicht noch dran, die so gar nichts mit Yu-Gi-Oh zu tun hatten, die sind einfach so reingekommen, so, und, und waren so, ja, was ist denn hier los, so, ungefähr, so. So, und, äh, für, für solche Leute wäre das eigentlich ganz cool, oder für, zum Beispiel Erwachsene, die halt Kinder haben, aber spielen wollen, so, die können dann ihre Kinder quasi dort so, also, absetzen, sag ich mal, so, äh, so wie bei Ikea, wo so die Kinder in so einen Spieleraum gehen können. Bitter aus dem Bällebad abgeholt werden. Ja, genau. Ja. Ja, so, eigentlich wär das doch ganz, ganz cool, wenn man das so zusätzlich hätte, muss ja dann nicht so groß sein wie jetzt, aber so an sich. Ja, geb ich dir recht, das ist nicht schlecht, die Idee. Also, ich, wie gesagt, ich glaub, die Giant Cards werden auf jeden Fall benutzt, so, weil, wär komplette Verschwendung, die jetzt einfach einmal gedruckt zu haben und dann für immer in den Schrank verstauben zu lassen. Ja. Wann ist eigentlich, äh, jetzt mal die Giant Cards, die du auch gewinnen kannst, weil ich hätte das keine in die Hand genommen von den Längern. Ähm, es sind wirklich wie bei den Euros, die Giant Cards, und, äh, ich weiß nicht, ob du die schon mal in der Hand hattest, aber die sind weicher. Ja, also, die sind quasi mehr Gummi-artig. Ah, okay. Also, die echten Giant Cards sind ja wirklich massiv, und die sind Gummi-artig, damit die eben nicht zerbrechen, wenn du die jetzt einfach unten anfährst, weil sonst würde ja fast ein normaler Giant Card gefühlt Angst haben, dass sie zerbricht, aber die ist halt auch Gummi-lastiger. Ja, nee, darum ging's mir jetzt gerade auch, wie lange die man, oder wie lange man die quasi in Gebrauch haben kann, ohne dass die kaputt gehen. Aber dann ist das ja doch recht langlebig, wenn das so Gummi-Material ist. Ja, aber die kriegen echt Kratzer, die sahen schon sehr mitgenommen aus, also jetzt von hinten, die Backsides noch. Ja, ja, gut. Das tat ein bisschen weh im Auge. Genau, aber das war halt so ein Minispiel, dann gab's halt eine Filmecke, man kennt sie von der Gamescom oder so, da ist halt Exodia, Dark Edition Girl und so, kennt man. Und dieser Dark Edition Karte, wo du dich so reinstellen kannst. Ja, die Fotobox einfach. Genau, die Fotobox. Das war eine Station, dann gab's Memory, also wirklich so wie man's kennt, du musst zwei gleiche Paare finden, war natürlich Yu-Gi-Oh-Karten, wer hätte das gedacht. Ja, und da spielt man halt gegeneinander. Mutter, Mutter, Kind, die saßen an den Tisch und halt ein Judge, also ich nenne's jetzt mal Judge, das war halt ein Mitarbeiter, ne? Und die saßen an der Stunde, also wirklich 60 Minuten und die haben sich Yu-Gi-Oh von vorn bis hinten erklären lassen. Hm, das ist eigentlich voll süß, das war voll cool. Ja, das ist richtig süß. Also ich würd sagen, also das Event, auch wenn's ja nicht die gewünschte Menge an Leuten hat, es hat sich auf irgendeine Art trotzdem gelohnt, weil da waren wirklich Leute, die noch nie Berühmungspunkte mit Yu-Gi-Oh hatten, die da erstmal da waren und die wirklich voll reingegangen sind. Also wie gesagt, allein diese Familie, die hat wirklich, wir lernen das jetzt hier, also nicht, dass das Kind keinen Bock hat, das hatte mega Bock, also es saß da auch die ganze Zeit und dann kommt noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Ja, das ist die Zukunft, die brauchen wir. Ja, auf jeden Fall, also das war gut. Ja, und wenn man das alles gemacht hat, dann gibt es halt Stempel und dann konntest du am Ende vorne am Empfang dir dein Goodie-Bag holen. So, so, John, die Wer-Millionär-Frage, was war in den Goodie-Bag? Äh, boah, ähm, keine Ahnung, Booster. Das wäre schon krass, oder? Ja, du, Spoiler, Julian, ey, ooooh. Entschuldigung. Ja, Julian. Was für eins? Äh, weiß ich nicht. Äh, immer unterschiedliche. Ähm, also nicht Phantom Nightmare, nein. Ähm, zu Beginn, ich weiß gar nicht, welches Set das war, äh, war es hier dieses, äh, Adventure-Token-Set. Äh, äh, war das Grand Creator? Ja, genau. Ähm, und es wurden auch Collectors-Rails gezogen, also, äh, hat sich gelohnt für einige. Ähm, dann gab's, äh, zwischendrin auch so die Reprint-Sets, also die allerersten Sets, also halt, ne, Metal Riders und so. Ähm, und dann auch so, nicht das aktuellste Haupt-Set, aber so ein paar Haupt-Sets gab's auch. Also Cybernetic Horizon, glaub ich, oder wie heißt das Haupt-Set? Ja, heißt so, ne? Boah, das ist aber auch schon alt, das ist von 2020 oder so. Ja, ja, ja. Es waren generell älteres Sets drin, also, ja. Ja. Aber es war halt immer ein Booster auf jeden Fall drin, wo es ganz nice ist, weil der kostet ja eigentlich schon Geld. So, aber jetzt, Julian, hör auf zu spoilern, was war noch drin? Das Schlimme ist, Maurice, ich weiß den Rest einfach legit nicht. Wow, eher so, was Tolles drin, Booster, okay, geil, merk ich mir. Ja. Äh, es war noch was drin, außer ein Booster? Es war richtig viel drin. Ähm, weiß ich nicht, Spielmatte? Nee, das nicht, das wäre auch krass, ey, einfach so eine Sneak-Pink-Matte. Aber, äh, was drin war, also, erstmal erzähl ich natürlich die langweiligen Sachen. Ähm, ironischerweise, äh, ich hab's, ich hab's sogar hier vor mir. Ähm. Okay, dann halt's mal in die Kamera. Ja, natürlich, äh, Leute, wir sind auf Spotify, haben wir ja nicht gesagt, aber wir sind auf Spotify, die hören das nicht, deswegen erklär ich, was ich hab. Äh, ich hab hier so eine Deckbox, ist so eine... Die sehen das nicht. Die hören das nicht, ja, die gucken das schon. Äh, ja, ich meinte ja, die hören's. Oh Mann, ey, jetzt, das war jetzt, äh, ja. Ähm, also, es gibt ja so eine Plastik-Deckbox, also, das ist cool, die Karten knicken da nicht. Und da drin, äh, ist einmal, äh, sind die Demo-Decks drin. Mhm. Ah, diese mit normalen Monstern, Waboku, äh... Ja, ich hab's jetzt nicht aufgemacht, kann sein. Und, ich glaube, äh, also noch ein zweites, und da sind, glaub ich, sogar auch, äh, Ultrares drin. Ähm, aber, ja, auf jeden Fall das, das ist jetzt aber, sag ich mal, für den normalen Spieler, äh, recht langweilig. Ist das das? Also, also, ne, für den Spielgänger, sag ich mal, aber für Anfänger ist das super, ich mein, kenne die Karten, for free, ne? Dann war dort drinnen, ja, jetzt kommen wieder die Hater raus, äh, eine Promokarte. Und zwar eine Speed-Duel-Promokarte. Ich halte hier in der Hand den Elemental Spark-Man. Ähm, es sind Speed-Duel-Promos. Okay. Und Spark-Man im Secret. Und wenn du in Speed-Duel ein bisschen auskommst, äh, Holo-Karten ist was Besonderes bei Speed-Duel schon an sich. Ja, wo hat man die bekommen? Und Spark-Man gibt es nicht in Super-Rare. Ich weiß gar nicht, ob es den Secret-Rare gibt, aber in Super-Rare nicht. Das heißt, diese Promokarte geht sogar was. Also, die geht, glaub ich, 5 Euro oder 6 Euro oder so. Wo hat man das Ding ursprünglich mal bekommen? Ich meine, nimm mal mit, oder? Ähm, Leute, seid noch da? Ja, auf jeden Fall. Ich hab mein, ich hab mein, nein! So. Was dann, Halle? Ja. Ich hab uns aber nicht gehört, die ganze Zeit. Nein! Oh, professionell hier am Stand. Nein, meine Kopfhörer sind rausgegangen. So, was habt ihr erzählt, Alice? Ja, die Folge heißt dann bis heute das Dueling-Festival und das Chaos mit Maurice. Ähm, nee, meine Frage war zum einen, wo hat man diese Promos denn früher bekommen? Dieses, also, wenn nicht da? Also, wo wurden die rausgegeben? War das bei Produkten? War das bei besonderen Events? Besonderen Events? Äh, ich meine sogar, eventuell bei ein paar OTS-Stores möglich gewesen. Aber das ist Halbwissen. Das Ding ist halt, wie bei allen Speedtools, dann auch die Speedtool-Matten oder so. Ähm, es gibt ja Speedtool-Matten-Leute, man glaubt es kaum. Und die kommt man auf Gewinn und so, aber du fragst dich ja, wo denn? Ja, das ist das Problem. Es gab alle Speedtools-Sachen, gab es quasi nie nirgends irgendwo richtig. Ja, gut. Und die Promos halt auch. Und wie gesagt, die gehen halt so 5, 6 Euro, schon nett, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber dieses Ultra-Rare-Pack, das hatte ich dich eben auch gefragt. Aber ich hab schon gedacht, okay, ich werd hier ignoriert, alles gut. Ähm, dieses mit den, das, wo wir auf der Spielmesse in Essen waren, da gab's ja auch diese Demodecks. Du erinnerst dich, da war ja zum Beispiel, äh, was waren da nochmal drin? Also, äh, Werkzeugdrache, Formel-Synchron und Ultra-Rare. Ja, komm, Julian, ich mach's jetzt auf für dich, so, Ding, Alter. So, ich mach das jetzt auf. Live on Cam, was ist hier drin? Ich hab ein Live-Pack-Opening. Achso, ich soll's ja auch für die Cam öffnen. Okay, das ist wirklich das Starter-Deck, also das Demodeck. Also, so, das ist nur Cummins und Fusions-Monster und... Also, hier ist Fusions-Synchron. Er droppt man ein paar Names, wir sehen ja nichts. Monimisation, Galaxieschlange, Funkel-Ritter-Drache. Äh, Mandrache. Irgendeine Kanone. Der erste Drache, Geier, Ritter der Kraft der Erde. Edelstein, Ritter, Perle, Linksspinne. Ich glaub, Linksspinne ist das Beste davon. Ja, Linksspinne ist echt gut, ja. So, das ist das erste Pack. Zweite Pack, wo bist du? Wehe, das ist das Gleiche drin. Das ist dicker, also es müsste ja mehr drin sein. Wenn hier jetzt echt... Value flöten. So, was haben wir hier? Oh mein Gott! Das seh ich jetzt erst. Also, ihr seht's natürlich nicht, aber... Das ist das Giant... Also, das Giant-Karten-Deck. Genau das. Das sind alle Karten, die du als Giant-Karten gibst. Aha. Also, auf Deutsch, du hast mit diesen Karten gespielt und kriegst sie dann. Ey, das ist ja nice. Möchtest du es für die Spotify-Karte trotzdem vorlesen? Also, Riesenstein-Soldat, Haberrufner Totenkopf, Mystisch in der Lampe, Kampf-Ochse, ganz wichtig, Menschenfressende Schatztruhe, Robodrive, Roboter-Ritter, der ist gut, der hat 1.8F, das ist cool. Schallente, Raubensonnenfisch, Elemental-Sparkman, Gilgas, Nodoria, Jiroid, extrem broken, weil nicht einmal durch Kampf zu schütteln kann. Scheldstoßen, Seelennehmer, Heulender Wind, Sackhüterrüstung, Angst an der Erste Brille und... Das lese ich nicht vor, weil ich das jetzt nicht vorlesen kann. LRDS-Kick. Äh, so. Ja, aber ist doch nice. Jo. Also, keine Ultra-Wars. Aber... Es geht noch weiter, Leute. Ihr dacht, das war's? Das war's noch nicht. Zusätzlich gab es... National Field Center. Wie jetzt? Ja, National Field Center. Waren noch welche übrig, ne? Ja. Also, Utopia Future als Field Center. Mhm. Nimm mal mit. National. Ach nee, ist sogar von 22. Die hat man damals zur Teilnahme bekommen, oder? Äh, ich... Ja, hat man, ja. Mhm. Also, nicht nur auf der National, jetzt auch hier. Aber es ging weiter. Es ging weiter. Weitere Field Center gab's nämlich. Und zwar so ein Pack. Ich weiß nicht mal, wo es gibt's. Das ist aus... Also, ich glaube, es kam zu Kingscurt raus. Aber das sind so die Field Center mit dieser Bube, König und so. Wisst ihr, was ich meine? Ach so, ja. Rifter des Buben, Rifterin der Königin, ja. Genau. Also, diese Field Center, ich weiß gar nicht, wann man die gekriegt hat. Gab's so... Nee. Wenn man so Kingscurt, muss das ja gewesen sein. Ich glaube, das war auf den... Gab's da ein Release-Event zu? Kann das sein? Nee, ist ja ein Nebenset, oder? Ja, aber manchmal hat man das doch, glaube ich, trotzdem angeboten, oder? Irgendwelche Release-Events zu sowas. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Ja, die kamen auf jeden Fall aber halt in dem Set raus, also das kann gut sein. Also, es gab sogar eine Matte dazu, das weiß ich, die man gewinnen konnte. Aber ich weiß nicht... Ja, gut, dann gibt's ja auch Save-Event dazu. Ja. So. Ähm, genau. Und dann zu guter Letzt, darüber haben sich die Kleinen echt am meisten gefreut, weil es glitzert, und zwar, man hat eine Sneak-Peak-Pack bekommen. Oh. Also, ein komplettes Sneak-Peak-Pack, und ja, ich erklär's wieder für Leute. Hier ist einmal die Sneak-Promo drauf, und, ja, das ist ein bisschen übertrieben, 20 Feel-Center von dem Set. Hilfe! Aber was man hier nicht vergessen darf, diese Speed-Duel-Promos, äh, die Speed-Duel-Promos, sag ich schon, die Promos, die man da bekommt, diese Sneak-Peak-Promo, ähm, das ist die Ultra-Rare-Version von der Karte, die es in einem anderen, in dem Hauptsittern auch immer als Secret-Rare gibt, und meistens ist diese Ultra-Rare ziemlich teuer, weil die halt nicht so häufig rausgegeben wurde. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Emden drin, ich weiß nicht, der kostet wahrscheinlich 15 bis 20 Euro, nur als Beispiel. Genau, den gab's auch da. Also, Emden gab's auch. Äh, ich hab jetzt hier, äh, B-Trooper, äh, den Ringkäfer, aber es gab halt, also es gab halt, wie du schon sagst, Emden gab's und so weiter und so fort. Mhm. Also, da gab's halt verschiedene Karten, ne? Aber da hat halt jeder einfach so 20 Feel-Center bekommen, und halt die Promo. Was halt ziemlich cool ist. Und ich glaub, dann gab's noch, ähm, dann gab's noch so ein Pin, also so ein Pin, Pin, also zum Anstecken, ne? Also, ihr wisst, was ich mein. Ja. Übrigens, der Emden kostet 5 Euro. Ich hab grad mal nachgeguckt. Naja, haben oder nicht haben, sag ich immer, ne? Natürlich, aber es sind keine, keine, äh, 20 Euro, bevor ich jetzt hier gleich geschimpft werde. Aber, was ich dazu sagen muss, es gibt in Deutschland höchstens 20 Listings, mehr sind's nicht. Ach, krass. Ey, das war ja richtig gut, wenn man den gezogen hat. Ja. Ja, und, äh, ich meine, gab's noch Sticker oder so? Aber, ja, auf jeden Fall, das ist jetzt so der grobe Oberblick. Ich hab jetzt hier nix mehr. Ich hab die Tüte aber jetzt auch nicht mehr hier. natürlich auch eine Yu-Gi-Oh!-Tüte bekommen, natürlich, ne? Ähm, äh, was halt auch sehr nice war. Ähm, ja, und das ist das, was du für Free kriegst. Also, runtergebrochen sind das schon so 20 Euro, die du geschenkt kriegst, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, es war eine sehr gute Goodie-Bag, äh, und ich denke, dass man auf dem Weg dann auch noch ein bisschen Spaß hat. Also, da ist einfach eine Win-Win-Situation für alle gewesen. Ja, safe. Musst du mal einen Eintritt zahlen? Nein, kostenlos, alles. Okay, dann ist's krass, dann ist's krass. Alles kostenlos stimmt jetzt nicht ganz, weil, äh, die Events, die man letztendlich mitgespielt hat, die, äh, für diese K.O.-Turniere, die musste man natürlich dann, äh, entsprechend einen Eintritt zahlen. Ja, okay, aber das sind eh die Schwitzer. So, die können auch, äh, so, das juckt, das juckt nicht. So, aber ich meine jetzt... Würdest du jetzt die Edison-Spieler als Schwitzer bezeichnen, ja? Äh, gibt's auch, gibt's auch. Ich meine jetzt für die Kinder, so. Okay, ja. Ja, okay. Ja, aber war kostenlos. Ähm, und was ich sehr nice fand, was meine ich, jetzt kommen wir ja zu der Turnier-Area. Ähm, ich, ich hatte auch ein, äh, ein Short gemacht, äh, um das Event, äh, ein bisschen zu... Vielleicht kommen ja ein paar Leute durch mich. Ähm, und da hab ich auch gesagt, was echt cool ist, ähm, du konntest Yu-Gi-Oh! spielen, ohne Karten mitzubringen. Denn auch Turniere, ja, da musst du Geld für zahlen, hat Julian schon richtig gesagt. Gab es Turniere, wo du keine Karten brauchstest, die wurden dir gestellt. Ähm, okay, das ist krass. Sei es das Starter-Deck, ja, jetzt kommen wieder die Leute, die Flamen, aber es ist ja für die Einsteiger. Also es war ein Starter-Deck, der Gegner hat auch das Starter-Deck. Bedeutet also, ihr spielt das gleiche Deck so ungefähr. Ähm, ja, ist ja fair, würde ich sagen. Oder Soja-Deck. Also Structure-Deck wurde dir auch gestellt. Also zwei Leute spielen Structure-Deck gegeneinander, war natürlich das Fire-King-Structure-Deck, wer hätte das erwartet? Ähm, ja, und da hat man gegeneinander gespielt. Das heißt, du konntest Yu-Gi-Oh! spielen, ohne dass du Karten hast. Das finde ich cool. Ja. Das könnten sie generell mal machen. Das ist ja, glaube ich, generell so als Turnierformat interessant, vielleicht so Side-Events oder so, dass du einfach so, keine Ahnung, fünf, sechs Structure-Decks hast und du kriegst random eins davon und dann müsstest du so gegeneinander spielen damit. Ja, wäre nice. Und ich sage mal so, gerade für Messen wäre das cool, so Gamescom und so. Ja. Absolut. Aber auch hier, ich denke mal, die haben jetzt das alles ausgepackt. Ich glaube nicht, dass die die Karten jetzt wegschmeißen. Ja. Ich glaube, das wird schon wiederverwertet. Aber was natürlich ein Problem ist bei Kartenstellen, Leute, was ist wohl passiert? Ja, Karten wurden geklaut. Ja. Hm, was gab es denn im Starter-Deck? Ich glaube, da ist ein Imperium drin, oder? Ne, da ist ein Zeus drin. Ach, ach, das ist nicht auch, wenn du jetzt die Two-Layer-Starter-Sets jetzt sagst. Da ist Zeus und Korallen. Und Korallen tragen wahrscheinlich gleich mit. Überraschenderweise gar nicht so viel. Also insgesamt nicht viel. Also ich hätte erwartet, gefühlt, am Ende gibt es kein Zeus mehr. Aber ich glaube, am Ende war das echt wenig. Also es war, und es wurde aus irgendeinem Grund so eine Kammen, also aus dem Starter-Deck, irgendeine, also nicht Buch des Mondes oder so, sondern irgendeine Kammen halt. Das ist okay. Vielleicht ist sie aber einfach verloren gegangen. Und da, wenn ich vergesse, man muss ja nicht immer sagen, dass sie jetzt, wo es wirklich geklaut wurde, kann auch sein, dass sie einfach verloren gegangen ist. Ich meine, wenn immer, hier ist ein Deck, hier zurück, blablabla, eine Kamm fällt unter den Tisch, keine Ahnung, jemand findet die, denkt sich, ja, Schmutz und keine Ahnung. Also weißt du, das kann ja immer auch passieren. Ich muss an der Stelle... Was hast du gesagt? Ich sage, ausgerechnet der Zeus fällt runter, aus Versehen. Aus Versehen ist der weggekommen, Maurice, wie willst du das erzählen? Also ich habe dazu tatsächlich eine Story. Und zwar, als ich, keine Ahnung, irgendwie elf, zwölf war oder so, gab es auch so ein ähnliches Event bei uns in Dortmund. Also das war in der Tiergalerie für diejenigen, die es wissen. Da gab es auch so Demodecks und du konntest irgendwie gegeneinander spielen oder so. Aber das waren so richtige Decks. Also das waren jetzt nicht so Starterdecks oder so. Oha. Und ja, und ich habe da aus Versehen, also es war wirklich aus Versehen. Das war wirklich aus Versehen. Habe ich halt auch Karten irgendwie so geklaut davon. Das Ding ist halt, ich habe davon mitbekommen, dass das stattfindet. Und ich bin dann hingegangen, so damals natürlich schon so Dark World gespielt. Ich hatte schon so ein richtiges Deck, so richtig stolz. Bin da so hingegangen, habe natürlich so den ein oder anderen casual umgehauen. So, und ich hatte irgendwas, keine Ahnung, Wiedergeburt oder Überläufer gab es damals nicht. Irgendwas, was so Monster vom Gegner klaut. Und Snatch? Nee, war das das Zeitpunkt, wo Snatch wieder bei eins war? Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Oder vielleicht war es auch, keine Ahnung. Ich konnte irgendwie Monster vom Gegner nehmen. Ja, das kann sogar sein. Das kann sogar sein. Also irgendwie konnte ich Monster vom Gegner nehmen. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man so danach so zusammenschiebt. Und dann hast du so noch eine Karte vom Gegner so drin. Und ich habe es einfach vergessen. Und deswegen habe ich einfach so ein XX-Säbel Finsterseele. In Super Rare. Der ging sogar damals fast, glaube ich. Aber das war wirklich nicht extra. Und den habe ich bis heute. Er hat ihn durchgesneakt. Ja, die ballte ich jetzt. Also, falls jemand da draußen diese Karte vermissen sollte. Jetzt ist die Chance, ja. Ist schon verjährt, oder? Das ist tatsächlich schon verjährt. Das ist zwölf Jahre her oder so. Guck mal, Leute. Da merkt ihr, welche der Schlimmste von uns ist. Ohne uns dreien. Das war wirklich aus Versehen. Aus Versehen, ja. Okay. Ja, aber fand ich trotzdem cool, dass man halt Decks gestellt bekommt. Mhm. Ja, und dann, wie Julian sagte, es gab halt TCG-Events. Es gab halt auch Addison. Addison ist halt für viele Leute beliebt. Es gibt ja nicht so viele Turniere. Mhm. Also, da sind Leute nur gekommen wegen Addison zum Teil. Ja, und Goat, ne? Wie will? Und Goat gab es, glaube ich, auch Optionen. Ja, genau. Goat gab es auch. Also, stimmt. Ich rede ganz von Addison. Also, Time Wizard gab es. Ja, ja, ja. Genau. Ist schon nice. Und wieder TCG natürlich auch. Und, ja, da kann Julian eigentlich mehr erzählen, ne? Also, er hat ja die Events gegrindet. Ja, das stimmt. Also, es gab auf jeden Fall das normale Pricing, was ihr auch kennt von, ja, von YCSen, von deutschen Meisterschaften, da dieser Stand mit Matten und Produkten, ne? Ja, das gab es auf jeden Fall als Pricing und da konntet ihr eure Punkte entsprechend halt einlösen, wie ihr das eben auch auf Nationals und YCSen kennt. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute am Samstag, äh, versucht haben, sich zu qualifizieren. Auf jeden Fall, ähm, ja, haben das letztendlich auch 64 Leute getan. Allerdings am nächsten Tag bei diesem Top-Cut, äh, da waren dann irgendwie nicht mehr so viele von den 64 übrig, sondern in Runde 1 saßen, ja, wie viele werden es gewesen sein, Maurice? Waren das 30 Mann höchstens, vielleicht? 30? Klingt, obwohl, vielleicht sogar 40, aber auf jeden Fall nicht voll, also es waren viele Leute, die nicht gekommen sind, ja. Ich glaub, das lag aber vor allem auch daran, dass viele Leute nicht gewartet haben bis zu den Endstandings und gar nicht wussten, dass sie sich qualifiziert haben und deswegen einfach gar nicht gekommen sind, weil die wurden relativ spät veröffentlicht. Aber vielleicht konnten die Sonntag auch einfach nicht. Das kann natürlich auch sein, klar, ähm, aber insgesamt hat das schon Bock gemacht, diese Events zu gründen, du konntest dich quasi immer für den, äh, also TCG-Challenge hieß das, das ist ein 8-Mann-Single-Elimination-KO-Turnier, das ist quasi das Side-Event, was wir auch auf den YCS und Nationals haben. Und, äh, der Gewinner bekommt in dem Fall, ähm, ich glaub, neun Punkte waren das, was relativ viel ist, weil man... Ähm... Ne, sogar nur vier. Ne, 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 das stimmt nicht. Also du bekommst pro Runde, warte, pro Runde, die du gewonnen hast, hast du, also du hast Runde eins, hast du einen Punkt bekommen, Runde zwei nochmal einen Punkt und du bist auf jeden Fall insgesamt, ich glaube, dann mit neun Punkten oder acht Punkten, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, bist du auch aus diesem Event, acht, glaub ich auch, ja, bist du aus diesem Event rausgegangen, das heißt, wenn du eins gewonnen hast, warst du schon ziemlich Gucci dabei, dass du dann Sonntag dieses, äh, Top-Card-Event mitspielen kannst, wo es um die Oversize-Card ging. Ja. Und, ja, naja, hat auf jeden Fall Laune gemacht, war, äh, ein bunter Mischmasch, wobei ich mir erst so beim ersten Turnier dachte, okay, wir spielen hier wirklich Tier-Null-Format, da hab ich wirklich nur gegen Feuer gespielt. Ähm, äh, das war lustigerweise bis auch das, was ich gewinnen konnte und danach die Rogue-Fiesta war ein bisschen schwieriger. Ähm, nee, aber hat wirklich Bock gemacht und ich muss auch sagen, alle, die da waren oder mit denen ich da war und alle, die ich gesprochen habe, die haben sich wirklich alle nur sehr, sehr positiv über dieses Event geäußert, war für jeden was dabei. Allen hat es sehr, sehr gut gefallen und ich würde sagen, insgesamt war es auch sehr gut organisiert, war natürlich dann auch, weil halt nicht so viel los war, denke ich, recht leicht, die Organisation gut zu halten und, ja, ich glaube, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. So, Jan, Fragen nach Ende der Präsentation? Ja, das war sehr, sehr kompakt. Äh, nee, eigentlich nicht. Ich würde sagen, äh, 10 von 10, äh, frei gesprochen, Bilder benutzt, also war, äh, stark vorgetragen. Ja, aber, ja, also das kann ich auch nochmal aufnehmen, ähm, dass, wo ich gesagt wurde, halt, jo, das Event war voll cool, also es haben, also es gab eigentlich niemanden, der sagte, boah, shit, das Event hier. Also gar keiner. Alle meinten cool und wir reden von allen, ne? Wir reden jetzt nicht nur von den, äh, Turnierspielern, sondern auch von den Leuten, die da unten in der Fun Area nur waren und halt dort einfach Yu-Gi-Oh! erlebt haben. Jeder fand es super. Ähm, ja, nur leider wahrscheinlich zu wenig Leute, ne? Also, das Event war wahrscheinlich ein riesen Minusgeschäft, ne? Vermutlich, ja. Also, die Chance, dass es nochmal stattfindet, schätze ich als sehr gering ein. Aber, vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht nicht als Zwei-Tages-Event, sondern ein-Tages-Event oder so? Ja. Ich glaube, das ist generell für so, äh, also wenn du so Kleinkinder, so Familien so ansprechen willst, die kommen da ja nicht zwei Tage hin. Das ist richtig. Mhm. Ja, stimmt, weil die Leute, die Samstag da waren, kommen Sonntag in der Regel nicht, ne? Also jetzt die Leute, die halt so mit Kindern da kommen. Ja. Ja, ich weiß nicht, also ich könnte mir wie gesagt vorstellen, dass man sowas einfach demnächst nicht so als einzelnes Event macht, sondern einfach auf größeren Events, die schon da sind, einfach, äh, so ein bisschen mehr diese Sachen, die man da gemacht hat, auch zur Verfügung stellt. Und dann kann man ja gucken, wie das läuft. Ja, stimmt. Ja, ja. Ist keine schlechte Idee, auf jeden Fall. Äh, ich muss mal sagen, so jetzt insgesamt, äh, so, Fan-Up, äh, was Leute sagen, ob das Event für jemanden was war oder nicht. Also jetzt für Leute, die sagen, ich geh da nicht hin, weil das ist ja ein Kinder-Event oder so. Ich finde es gut, wenn Konami rumprobiert. Und ich will, dass sie mehr rumprobieren, weil wir beschweren uns immer, es wird nichts gemacht und jetzt wird was gemacht. Also ich finde es gut. Also ich, äh, ich finde es sehr gut. Also es muss ja auch nicht von Anfang an, äh, der große Erfolg sein. Also es zeigt ja, dass sie wenigstens wollen, dass sie es wenigstens versuchen. Das stimmt. Ja. Ähm, übrigens, ähm, mir fällt da noch was ein, bevor wir diese Folge gleich beenden. Ähm, äh, das letzte Mal, Maurice, hast du ja deine wunderbare Geschichte erzählt, ja? Die kamen übrigens ja sehr gut an, oder war das das, ne, das war das vorletzte Mal, glaube ich, ne? Das vorletzte Mal, ja. Ja. Ähm, und da wurde geschrieben, dass wir gerne mehr so Geschichten erzählen sollen. Deswegen kann man hier an dieser Stelle vielleicht auch noch ein bisschen erzählen von diesem Wochenende. Denn nach diesem Event haben wir tatsächlich versucht, zusammen essen zu gehen. Schon wieder so eine dumme Story, aber ja, let's go. Erzähl. Ja, also wir haben uns dann halt überlegt, wo könnte man denn hingehen, haben uns dann halt, äh, in ein paar Restaurants rausgesucht und haben uns für eins entschieden. Wir haben uns eigentlich nicht viel dabei gedacht, haben uns in Autos gesetzt und sind da hingefahren, kommen da an, war letztendlich in Asiate, oder war in Asiate, glaube ich, ne? Ja, Asia World hieß. Ja, genau, ja. Und komplett voll. Keine Chance, da hast du nicht mal mehr Platz für zwei Personen bekommen. Und wir stehen da mit, wie viele Leuten, acht oder neun Mann standen mit da? Ich glaube, es waren acht, ne? Ja, erstmal nicht so schlimm, ähm, ja, standen dann letztendlich vor diesem Lokal und haben ein bisschen rumtelefoniert und haben versucht, irgendwo den Tisch zu bekommen, ja? Also wirklich, nirgends was frei, bis auf ein Lokal. Das eine Lokal hat dann gesagt, ja, ihr könnt vorbeikommen, wir haben einen Tisch. Da sind wir nicht hingefahren. Das war der kleinste, das kleinste Restaurant, wo ich mein ganzes Leben gesehen habe. Wir sind dann vorbeigefahren, das war einfach nur so ein Wintergarten mit so einem runden Tisch und da haben wir uns dann gedacht, nee, darauf haben wir jetzt auch keinen Bock. Insgesamt waren wir, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde unterwegs, ja? Ja, safe. Ja, und sind dann einfach wieder zurück ins Hotel gefahren und haben dann dort über Lieferando bestellt, also. Und im Übrigen, eine Bestellung davon wurde übrigens nach einer Stunde studiert, ja? Ja, auch richtig dreist einfach, ey. Wir hatten unseren Spaß auf jeden Fall mit der Essenssuche. Aber, das Essen war ziemlich gut, also, ich weiß nicht, was du jetzt hattest, Julian, aber, also, was ich hatte, war richtig geil. Doch, nee, war gut, also, ich konnte mich da nicht beschweren, nee, aber, in Mainz, Samstagabend auf Essenssuche zu gehen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, Leute, reserviert euch einen Tisch, das hätten wir auch mal machen sollen, das wäre voll smart gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war wieder Abenteuer. Ich denke, das ist ein gutes Ende für diese Folge und in diesem Sinne würde ich sagen, Time Out.